So, nachdem ich diesen ganzen Scheiß jetzt gesucht habe, habe ich endlich dieses verdammte Level gefunden. Von Dancing Yarn, Bowls Roll Time Fix. So, gut. So, und weil der cooler 381, für den das Video hier mal schnell ist, es so mag, kommt jetzt ganz kurz ein Draven. Who wants some Draven? Und hier kommt noch ein harter. Muhahaha. Ja gut, ich denke, jetzt können wir loslegen. Ich hoffe, das Ganze hat sich gelohnt. Okay. Na, hast du es dann? Warte mal, wie könnte man hier nochmal... Richtig, so sehe ich das auch. Ähm. Na kommen sie mal her, junger Ball. Äh. Yes. Was zur Hölle? So. Warte mal. Ich hab... Nein, ich dachte schon... Ich dachte schon... Ich dachte schon... Ja. Warte mal, ich dachte schon... Ja. Nein. Two Balls. Oh, dankeschön, du bist ja nicht. Nein, ich wollte es noch gewinnen. Na, naja, egal. Äh. Achso. Kommen sie mal her, junger Ball. Was du mal noch fixen könntest, wäre vielleicht, dass man... Na gut, ich weiß nicht, ob das so geplant ist, aber dass man halt immer Two Balls bekommen, wenn man da reinschießt. Nicht nur einmal. Ja, gut, von mir aus. Oh, Mann, bin ich gut. Oh, Mann, wie lange habe ich kein Happy Meals mehr gespielt? Two Balls. Ich hätte jetzt... Ich wäre jetzt eigentlich schon reicher zu sein, aber... Ach, Gott, fick dich. Die Maus nehme ich mal aus dem Bild. Dammit. Oh, Mann, nein. Ja, nie, ist klar. So. Ich probiere es noch, glaube, dreimal oder so, und dann heißt es für mich auch hier Schluss. So, ja, nur ganz kurz. Oh, der hätte... Ich sag mal nichts dazu. So. Nein! Oh, ich könnte katzen. Ich hoffe, der Spann... Nein! Oh, was! Oh, nein! Oh, nö. Was soll denn der Scheiß? Warte mal. Ähm. Und? Ich dachte schon. Ich frag mich, was bei Death passiert. was. Oh, komm. Oh, komm. Oh. Oh. Ernsthaft? Oh, da kam der Ball. Oh, Gott! Ja, das ist der Schmarrn. Junge. Der Typ hat ja ohne eine Weile. Naja, was soll er so ganz machen, so ohne Loll? Julu. Gut, okay, das war's. Das war ein Skillshot. Ja. Ja, cooler, ich hoffe, dir hat das kleine Video gefallen. Und wenn ja, dann kommt hier nochmal der Harter. Muhahaha. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und ja, ciao.